Andreas Popp, warum es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt. Die Welt ist viele Jahrzehnte, eventuell sogar Jahrhunderte, getäuscht, ausgeraubt und zunehmend in die Versklavung geführt worden. Würde ich ihm nicht widersprechen. Sie sollten, um es klar auszudrücken, zur eigentumslosen, entwurzelten, identitätslosen, steuerbaren Masse von Nutzmenschen degradiert werden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Andreas Popp, warum es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt. Andreas Popp, sehr interessanter Charakter. Ich habe mit ihm auch einen Talk aufgenommen, den werde ich unten als ersten Link in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken. Eins meiner geilsten Talks, muss ich sagen. Und da gehen wir jetzt rein. Ich liebe euch auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentarchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Ich grüße Sie. Tagschön. Gerade war ich mit einem geistig verbundenen Freund namens Josef A. Schmelzer. Einige werden ihn kennen in einer interessanten Kommunikation. Und wir haben uns zu nicht weniger entschlossen, als jetzt einmal ein Zwischenfazit zur Lage der Welt zu erarbeiten. Aha. Glauben, dass es in dieser aktuellen Zeitqualität der Verwirrungen wichtiger ist denn je. Denn ist die Lage gar nicht. Im Gegenteil, wir sehen Licht am Horizont. Wir wollen einmal grundsätzlich zusammenfassen. Die Welt ist viele Jahrzehnte, eventuell sogar Jahrhunderte, getäuscht, ausgeraubt und zunehmend in die Versklavung geführt worden. Würde ich ihm nicht widersprechen. Von einem rücksichtslosen Netzwerk. Von für uns bis vor kurzem recht unsichtbaren Figuren. Und jetzt wird es interessant. Als dieses globale kriminelle Netzwerk sein Ziel schon fast erreicht gewähnt, eine Art Sieg für sie schon fast in erreichbarer Nähe gerückt schien, welches übrigens auf das Jahr 2030 terminiert war, da begann ein Teil der Welt mit einem Prozess der Selbstbefreiung. Die Gründung von BRICS im Jahre 2006, einem bis heute immer mächtiger werdender Staatenverbund, zu dem riesige Länder wie Russland, China und Indien gehören. Natürlich gibt es einige Denker, die meinen, dass auch dieses zum großen Spiel gehört. Aber wer weiß das? Ja, das glaube ich auch. Die einstmals überragenden, starken Völker des zentralen Herrschaftsgebietes, der globalen Machtakteure unseres Wertewestens bekamen also Konkurrenz. Und dieses zu einem Zeitpunkt, der Unpassender nicht hätte sein können. Denn dieser sogenannte Wertewesten hatte sich selbst durch offenbar gewollte Fehlplanungen massiv geschwächt. Massenmigration, Zersetzung und Atomisierung der Wirtschaft und Gesellschaft und Desinformation natürlich auf ganzer Linie. Schließlich wollte man eine derart gelähmte Gesellschaft dann 2030 aus der Not heraus retten, um sie damit in eine Art Totalkontrolle und Totalversklavung zu führen. Sie sollten, um es klar auszudrücken, zur eigentumslosen, entwurzelten, identitätslosen, steuerbaren Masse von Nutzmenschen degradiert werden. Gebe ich Ihnen in sehr großen Teilen recht. Ich weiß nur nicht, also was er selber auch schon gesagt hat, dass es einige Leute gibt, die anders denken, ob diese Bricks-Staaten, das ist auch wieder so, ja die Bricks-Staaten werden das jetzt alles retten und die stellen sich jetzt dagegen und so. Aber ich glaube, die spielen das gleiche Spiel mit so. Ich glaube, die Leute, die wirklich, es findet ein spirituelles Erwachen statt in der Welt, habe ich das Gefühl. Es gibt immer mehr Menschen, die anfangen, an Gott wieder zu glauben. Es gibt immer mehr Menschen, die anfangen, sich mit dem Höheren zu verbinden. Und das sind die Leute, die sich dagegen stellen, meiner Meinung nach. Und umso mehr das werden, umso weniger können die den Plan noch umsetzen, weil wir dann Werte wieder haben, weil wir dann Gott wieder haben, weil wir dann wieder gefestigt sind in dem, wer wir sind. Weißt du? So. Und ja, das müssen mehr werden. Die müssen mehr werden. Dadurch konnte Bricks schnell wachsen und erstarken, welches im Gegensatz zum Wertewesten nicht das Nullsummenspiel der Dominanz spielt, sondern das Mehrwertsystem des gegenseitigen Nutzens und der gegenseitigen Achtung der Identität der Völker fordert. Der in den Menschen vorhandene göttliche Funke von Menschenrecht und Würde begann so, sich erneut seinen Weg in die Welt zu bahnen. Durch Bricks? Oder durch die ganze Scheiße, die passiert ist in den letzten drei, vier Jahren? Die Herrscher auf den Thronen der globalen Machtelite waren nicht die Parlamente, das Weiße Haus oder das Bundeskanzleramt, sondern die NATO, WEF, WHO, UNO, Europäische Union und so weiter, die immer weiter ausgebaut und dekoriert wurden. Aber sie haben offenbar nicht erkannt, dass sich ihre Lage fortwährend verschlechterte. Der Machtrausch hatte sie fest im Griff und so waren die Offiziere auf der sinkenden Titanic immer mehr damit beschäftigt, nur noch ihre eigenen Uniformen und Orden weiter zu verschönern und zu polieren. In unseren Diskussionskreisen sehen wir nun folgende Lage. Der endgültige Sieg der globalen Machtelite 2030 ist abgesagt. Der Exorzismus, also die Austreibung des bösen Geistes von Dominanz und Versklavung, ist bereits vorbereitet. Er hat bereits begonnen. Und es könnte möglich sein, dass alles noch einigermaßen gut enden kann, mit Glück sogar ohne Extremblessuren. Kurz ein paar Daten zur Erklärung. Die USA haben 40% des globalen Militärbudgets von etwa 2,5 Billionen Dollar. Die NATO insgesamt 60%. Das Militärbudget der USA ist also so groß, wie das aller Nicht-NATO-Staaten der Welt zusammengenommen. Damit ist die NATO leicht imstande, den Rest der Welt militärisch zu besiegen. Auf dem Papier. Die Verrückten in Washington glauben an diese militärische Überlegenheit und ihre verrückten Vasallen der übrigen NATO-EU glauben das offenbar auch. Aus diesem Irrglauben heraus hat die NATO den im April 2022 möglichen und bereits verhandelten und signierten Frieden der Ukraine mit Russland verhindert. Ebenfalls aus diesem Grunde eskaliert die NATO immer weiter und verleugnet, dass sie in der Ukraine schon längst verloren hat. Ja, das ist auch, man muss natürlich auch gucken, nicht nur, dass die selbstbewusst sind, weil die denken, dass sie den Krieg gewinnen können, sondern auch damit sehr viel Geld machen. Man darf diese Waffenlobbyisten nicht da rausdividieren. Das sind ja die Leute, die das auch extrem mit vorantreiben. Es wird ja auf vielen Ebenen Geld verdient. Ich habe gehört, Blackrock oder so hat schon auch einen Deal gemacht mit der Ukraine, dass die Ukraine wieder aufgebaut wird, macht damit Geld. Solange es Krieg auf der Welt gibt, wird die Waffenlobby weiter unterstützt. Die machen extrem viel Geld. Und das ist ein Faktor, der, glaube ich, auch extrem dazu beiträgt. Die sofortige, brüske Zurückweisung von Putins Friedensangebot vom Juni 2024 liegt darin begründet. Es ist einfach so, dass ich überzeugt davon bin, dass die Mächte dieser Welt, die Menschen, die den größten Einfluss auf die Welt aktuell haben, nicht im Interesse haben, dass es uns Menschen gut geht und dass wir in Frieden miteinander leben. Ich bin überzeugt und der Meinung, dass die mächtigsten Menschen auf dieser Welt nicht mal an Gott glauben, sondern eher was Negatives anbeten, sowas wie den Teufel kann man es mal nennen, weißt du? Und teuflische Machenschaften am Laufen haben, so. Die sind nicht reich an Menschlichkeit und Liebe, weißt du? Wie es eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Ich finde, wenn Menschen über andere Menschen regieren, was sowieso ein Konzept ist, was ich hinterfrage, aber wenn das dazu kommt, dann sollten das Menschen sein, die Menschlichkeit und Liebe, die reich an Menschlichkeit und Liebe sind und dadurch, ja, auch dann die Verantwortung, dass man denen die Verantwortung auch ohne schlechtes Gewissen geben kann, weil die das Beste für den Menschen tun würden, weißt du? Aber die Leute, die die Welt in der Hand haben und die Welt regieren zum großen Teil, haben nicht Menschlichkeit und Liebe an erster Stelle und schon lange nicht dafür zu sorgen, dass es uns besser geht. Der Besuch von russischen Kriegsschiffen in Kuba, der Besuch Putin in Nordkorea und Vietnam, die Friedensmission auch des ungarischen Premiers Viktor Orban, der von höchsten Staatsherren empfangen wurde, läuten eine neue Botschaft ein. Die westliche Welt, allen voran die USA, werden nicht imstande sein, alle Krisenherde gleichzeitig zu bedienen. Des Kaisers neue Kleider sind löchrig und fallen auseinander. Wenn die Situation von USA bzw. NATO weiter eskaliert, dann werden diese einbrechen. Die derzeitigen dramatischen Entwicklungen um den höchsten Führer dieser westlichen Welt, US-Präsident Joe Biden Da siehst du doch, dass die Präsidenten nicht wirklich was zu melden haben. Der Typ kann nicht mal geradeaus laufen, schweige denn reden, wenn er einen vernünftigen Satz auf die Kette kriegen soll, weißt du? Wie kann man glauben, dass der der höchste Führer der westlichen Welt ist? Das könnte deutlicher den Niedergang dieser einst stolzen Welt nicht zeigen. Die Aussicht besteht, dass die USA-NATO als letztes Mittel zu Atomwaffen greifen und auf andere Weise einen globalen strategischen Atomkrieg starten könnten. Manche Verrückte in Washington und Brüssel haben die Angst vor dem Krieg offenbar verloren. Aber so wird es wohl nicht kommen. Die globale Macht agiert rational. Einige von diesen Leuten mögen zwar Armageddon und den dritten Tempel im Sinn haben und sich selbst als die von Gott Auserwählten sehen. Aber der märchenhafte Reichtum dieser dunklen Aktivisten würde ebenfalls in der radioaktiven Asche verglühen. Die Annahme liegt nahe, dass sich die tiefdunklen globalen Netzwerke auf ihren langen Atem besinnen, ihren Reichtum weitestgehend zu erhalten und im Verborgenen einen neuen Anlauf vorbereiten wollen, der noch komplexer und umfangreicher sein könnte und die inzwischen gewonnenen Instrumente der Manipulation und Steuerung von Nutzmenschen aus dem Verborgenen heraus einbeziehen soll. Das ist schon gut zusammengefasst, ne? Der Pop. Ich mag den. Ich mag den Popi. Ich muss kurz Miete bezahlen. Jetzt gleich. Hier in Mexiko läuft das ein Cash, Digga, am Rich Bitch. Das ist gut. Sieht viel aus, ne? Ist aber nicht. Und los. Das hört sich an wie ein kurzes Durchatmen für die Menschheit. Aber wenn wir das jüngste Gericht, die große Transformation oder wie man es auch sonst immer benennen mag, nun ebenfalls am Horizont auf uns zukommend erkennen, wird allein die Zeit für einen weiteren Anlauf der Versklavung durch die tiefdunklen Mächte mit ihren NGOs keineswegs mehr ausreichen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Menschen ihre geistige und gedanklich förderliche Ausrichtung weiter verstärken und sich mehr und mehr darauf, also auf das Gute und Richtige zu konzentrieren suchen. Es sind die Menschen, die sich nicht aufgegeben haben, sondern auch in den zurückliegenden, bewegten Zeiten innerlich stark geblieben sind durch Mut, Zuversicht, Kenntnis der Gesamtzusammenhänge und durch unerschütterliches Gottvertrauen. Sie werden die Pfeiler sein für die neue Zeit, die nach dieser aufwühlenden Transformation eine ganz andere Welt, eine friedliche und förderliche Zeit bringen wird. Sie werden an dem Wiederaufbau einer völlig neuen Menschheit mitwirken, die voll und ganz in den Schöpfungsgesetzen schwingt. Fühl ich. Deswegen wird der Lovelock 20 Kids machen, die schön die positiven Vibes und Liebe weiterverbreiten können. Weißt du, wie ich meine? Die sind wichtig, die Lovelocks. Little Lovelocks, bro. Das wird eine ganze Gang, Digi. Damen und Herren, und das sind keine schwärmerischen Fantasien, sondern ganz sachlich und geistig fundiert erarbeitete Prognosen. Ich danke Ihnen. Krass, Digga. Gute Prognose. Hat er mal so einfach, ja. Finde ich gut. Finde ich gut. War ein sehr interessantes Video. Gut, dass wir darauf reagiert haben. Danke für denjenigen, der das in den Discord reingeschickt hat. Schickt gerne weiterhin Videos in den Discord, unten in der Beschreibung natürlich verlinkt. I love you. Und ja, Digi. Das war's gewesen mit dem Video. Eure Meinungen natürlich auch unten in die Kommentare rein. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Gang.